Was ist Kolais Anämie? Kolai-Anämie, auch bekannt als Thanasemi oder Anämie des Mittelmeers, ist eine Erkrankung, bei der der Hämoglobin-Gehalt im Blut deutlich niedriger als normal ist. Die Menge an roten Blutkörperchen ist normalerweise ebenfalls reduziert, wodurch der Körper den Sauerstoff durch die Blutbahn und zu den verschiedenen Organen schwerer transportieren kann. In Folge dessen erleidet das Individuum, das an dieser Form der Anämie leidet, eine Reihe von Symptomen, die die Lebensqualität ernsthaft beeinträchtigen können. Zwar gibt es mehrere spekulative Ursachen für Kolais Anämie, die unter Angehörigen der Gesundheitsberufe debattiert werden, die meisten sind sich jedoch einig, dass diese besondere Krankheit erblich ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Vererbung von Kolais Anämie ist besonders in Situationen von Bedeutung, in denen beide Elternteile mit einem gewissen Grad an diesem Gesundheitsproblem leiden. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die Nachkommen das gleiche Anämieniveau wie die Eltern aufweisen. Ein Kind kann an einer leichten Thanasemi leiden, während eines oder beide Elternteile schwerere Symptome aufweisen. Die Anämie-Symptome von Kolai können relativ mild bis schwer sein. Es gibt verschiedene Symptome, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben des Patienten auftreten können. Müdigkeit und Atemnot sind zwei der häufigsten Symptome. Das Individuum ist wahrscheinlich auch etwas blass und weist möglicherweise Anzeichen von Gelbsucht auf. Personen, die an Kolai-Anämie leiden, sind in der Regel häufiger gereizt als andere. Neben der Reizbarkeit besteht auch die Möglichkeit für häufigere Kopfschmerzen und Schlafapnoe. Skeletteformationen, insbesondere in der Knochenstruktur des Gesichts, sind nicht ungewöhnlich. Das Wachstum wird in der Regel spürbar gehemmt und der Urin ist häufig getrübt und dunkler als normal. Abhängig von der Schwere der Erkrankung ist eine medizinische Behandlung der Kolai-Anämie möglicherweise nicht erforderlich. In milden Fällen kann häufig auf Lösungen wie eine gesunde Ernährung mit ausreichenden Mengen an Vitamin D, Calcium und Zink zurückgegriffen werden. Die Eisenaufnahme sollte begrenzt sein. Andere wichtige Vitamine, wie ZB verschiedene B-Vitamine, können hinzugefügt werden, um das Energieniveau zu erhöhen. Ein qualifizierter Arzt kann Ihnen bei der Ausarbeitung eines Ernährungsplans behilflich sein, der die richtige Ernährung gewährleistet und gleichzeitig die mit der Krankheit verbundenen Schmerzen und Beschwerden lindert. In weiter fortgeschrittenen Fällen kann die einzige Lösung wiederkehrende Bluttransfusionen sein. Die Einführung von frischem Blut in den Körper kann dabei helfen, sowohl die Menge an roten Blutkörperchen als auch den Hämoglobinspiegel im Blutkreislauf zu erhöhen. Die Transfusionen können helfen, Ermüdung zu minimieren, die Hautfarbe und die allgemeine Stimmung zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Fehlbildungen der Skelettstruktur zu verringern.